63, gut losgehen können sie ja schon mal hier jetzt gleich mit dem guten Pfund. 63er Wert, ist gar nicht so verkehrt. Oh guck, das reimt sich sogar. Um was sich reimt, das stimmt. Es stimmt, dieser Reim stimmt. Alter, guckt euch doch mal das Teil an, was ich hier gefunden habe. Das habe ich überhaupt nicht erwischt. Alter, NSKOV. Ich frage mich nicht, was das heißt. Ich bin kein Militär, aber ich weiß jetzt schon, dass der Pfund mega ist.